Aber Leute, es ist kein Fake. Und ich kann es total empfehlen. Hi, ich bin Isabel. Und wie viele andere von mir, habe auch ich das Coaching von Philipp Lang gebucht und absolviert. Ich bin jetzt fertig. Also ich bin durch mit meinen drei Monaten. Und ja, mache jetzt ein Testimonial, um euch auch zu motivieren und zu bekräftigen, dass es eine absolut gute Idee ist, das Coaching zu buchen. Ich selbst bin ein super skeptischer Mensch. Und als ich mir die Testimonials angeguckt habe, wie das, was ich jetzt gerade drehe, habe ich erst gedacht, oh Gott, das hört sich alles so gut an. Und dann im nächsten Moment habe ich gedacht, das kann nicht so gut sein. Also das Feedback kann nicht so fantastisch sein. Das muss irgendwie mit einer KI generiert sein oder so. Und dann war ich erst mal abgeschreckt, habe gedacht so, boah, nee, das ist alles Fake. Aber Leute, es ist kein Fake. Ich kenne keinen, der unzufrieden aus diesem Coaching rausgeht. Dementsprechend, ich kann es total empfehlen. Es hat mir extrem viel gebracht. Ich habe super viel gelernt. Wo fange ich an? Vielleicht beschreibe ich einmal, wie das Coaching aufgebaut ist. Ihr habt ein Video-Forum, wo ganz viele Videos hochgeladen sind, von meistens Philipp persönlich, die nach Modulen aufgebaut sind und da verschiedene Thematiken, ich weiß gar nicht, wie das so richtig Wort ist, aufgebaut sind. Und dazu gibt es dann noch fünfmal die Woche Zoom-Meetings mit einem Coach. Mittwochs ein großes Meeting, zwei Stunden mit Philipp. Ansonsten mit anderen aus dem Team, anderen Coaches. Und dann habt ihr noch eine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner beziehungsweise Mentor, Mentorin und die Community. Also fantastische Menschen, die ich kennengelernt habe. Also da auch schon mal vielen Dank für diejenigen, die immer da waren und geholfen haben und immer motiviert waren. Ihr werdet angeraten, eine Accountability-Partnerschaft einzugehen. Das heißt, ihr tut euch zusammen, zwei Personen und motiviert euch, denn es wird auch Downs geben, aber es wird auch Abs geben. Also ja, ich kann das Coaching absolut empfehlen. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp. Vielen lieben Dank, Verena, Mike, Jacqueline, Julia, Sophia. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden voll vergessen. Till, Pablo, mit denen hatte ich so am meisten Kontakt. Ich bin euch super dankbar. Ich habe extrem viel gelernt und bin sehr optimistisch, mit eurer Strategie sehr erfolgreich zu werden. Dementsprechend, ja, ich kann es total empfehlen. Wichtig ist für diejenigen, die sich für das Coaching interessieren, ihr müsst schon was tun. Also es reicht nicht, sich aufs Sofa zu setzen und einfach nur die Videos anzugucken und das war's. Ihr müsst absolut in die Umsetzung kommen. Und wenn ihr so ein Typ Mensch seid, der umsetzen kann, ja, Goldgrube. Also, ja, macht das. Ganz liebe Grüße bei Fragen in die passive Einkommensgruppe bei Facebook. Nehmt die Chance wahr. Alles Liebe.